Musik Jo, hallo, meine Freunde und willkommen zu einer Runde Bad Wars auf dem GOMHD.net-Server Ich möchte mal daran erinnern, es kann sein, dass ich heute streame, also freut euch schon mal drauf Ich guck mal, wie viel ich das machen kann Ich bin jetzt hier 4x3, also 4 Dreier-Teams Ich hoffe, wir können hier gut was reißen, jetzt hab ich schon mal ein Eisen Ich brauch's nicht Ich brauche kein Eisen, ich brauch Bronze Ich denke, ich kann fast bischen Sorry, Leute, nehmt die Beleidigung nicht ernst, manche nehmen das ernst, leider Zu ernst, würde ich sogar sagen Das ist da halt verrennt, ich geil Spitzhacke auf Slot 4 Blöcke, Blöcke auf Slot 3 Ich hab die anderen Komm eigentlich nur aus dem Staub Ja, wir müssen Okay, die erste, glaube ich, an der Montür Gibt nirgends, glaube ich, zwischendurch Ich hab's nicht geblieben, ich kann jetzt fast blitzen Aber, es fällt mir von den Anfungs und ich fahr' grad eh mehr ein paar Runden, ich hoffe, das passt bestimmt noch nicht Ich werd einfach zurückgebackt Entweder ist es Anti-Hack-Pluggen, ich weiß nicht, woran das liegt Geht, ich mach vielleicht mal zwischendurch durch noch mal ein paar Unterbrechungen aber es wird hier öftert einfach kein Block gesetzt naja die G ich sag wir werden definitiv noch zu einer dieser beiden Eiseninseln kommen wenn nicht wir würden mich freuen sogar wenn wir zu beiden kommen die verkennen sich nur in der Base auch ne Lösung mindestens zur Eiseninsel würde ich gern kommen machen wir sowieso eigentlich nur Standard Equip steht zu beiden ich werde fast einfach runtergelatscht bin ich intelligent? Fragen sich für einen an Digger habe ich viel Eisen gesaved schon wieder das liegt vermutlich an mir ich bin heute nicht so gut drauf aber egal Leute wir werden schon noch eine Chance haben wir haben jetzt nicht so viel Gold oh fuck das sieht scheiße aus dann erwähnen wir eine Ahnung wo unser Bett ist ich mach das nicht so wenn hier Glas ist dann kann man reingucken kann man genau sehen ist unser Bett eingebaut oder nicht und da habe ich jetzt das ist uns ziemlich nah in der Mitte nicht dir in der Zelens proszę sagt mir aber es ist nicht dass wir der Gold pub schären die Ha terrifying kurz die drei sind auf beiden reis bei eisen die baumwerke selbst die bädie Ich kann nur lassen, dass das O-Sperma kommen. Das Eisen könnt ihr euch gerne lassen. Ich könnte uns hier schon ein besseres Sort gönnen. Dann ein bisschen... Oh, dafür brauchen wir ja Bronze. Für Bronze würde ich ja anders auch nicht... Ich hoffe, ja, es hört sich anders an, als ob wir auch Boe hätten. Wäre geil, wenn... Na, warum... Ich hab gar nicht davon... Ach, schick, das ist geil. Ich werde jetzt hier wieder auf meiner Reise zu den Eiseninseln... Nicht gebewusst beheimd. Oh, Achtung! Du... Ich bin voller Lacker gerade. Ich lass es nicht zurückbacken. Wo ist der besser hin? Blau und Grün haben noch ein Bett, das ist belastend. Das ist sehr belastend, ich habe gerade gesehen, ich habe nichts gesagt, weil es einfach sehr belastend ist. Ich gucke jetzt, ob ich Gold holen kann, ich kann eigentlich nicht mehr tun. Okay, der fährt langsamer als ich. Das ist unmöglich, ich habe den noch vorher geschlagen. Also warte, Gigi nochmal an alle. Schaut morgen vorbei, ob ich streamen, wenn überhaupt werde, ich vermute um 16 Uhr streamen, ich muss selbst nochmal gucken. Ich wünsche dir bis sehr, schon viel Spaß und tschöö. Untertitelung des ZDF für funk, 2017